keine tipps lasst sämtliche hoffnungen fahren dann das hier ist euer ende okay ich bin verwehrt ich wandle durch raum und zeit mich das ist ja wie ein weg post legt mich ok der hat ein bonus der korruption naja wenn schon am boden zum teufel ist ja aber ich mache sonst fällig ok hat geschossen ich weiß nicht ob das wirklich funktioniert also funktioniert nicht geht sogar weg nach der zeit ja was bin ich zufällig herumgerollt und hätte mich da viel getroffen dieser mächtigste gegner bis jetzt ja irgendwie schon größer geworden überhaupt nicht ist recht wir haben keine waffen gegen hat hier noch keine rüstung ja ich meine schlecht für dich also der eine part jedenfalls alter ist das schnell ja ich kann nicht sogar wieder belegen würde drei löcher und das glaube ich aus dem rechten also war ja er ist der mitte ja ich habe doch getroffen hat also ruhig irgendwo auskommen ist meine meni nicht hochgegangen diese kugel macht nicht viel schaden kann direkt bei mir aus jetzt bin ich schon wieder also gibt es dann nicht ja ja leck leck bewegt sich doch gar nicht ja deswegen ja man kann ich mich nicht bewegen ich verarschen war rechts mitte rechts bonk warum ging meine miene nicht hoch zum teufel oh gott jetzt wird's sauer äh was zum was ist los was ist äh ach 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 ich gehe schnell hinter diese scheißdinger da dann die schießen natürlich was auch ach so da ja ich gehe immer dahinter die richtung eine spritz habe ich doch aber er wird ja 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 ich hätte ich jetzt wir ja das schafft man sowieso nicht mehr sagt er ist nicht da ich sehe wenn die auftauchen ich habe da jetzt ja die schießen sie ja ich mache irgendwie mein spart ja ich höre da war ein spritz mehr alter hat ja immer mehr angriffen auf weg das lernt dazu da wir müssen auch dazu lernen dass den paar angriff einfach du französischer frostfresser das war es ja ich stehe immer noch ich stehe wie ein gott ich kann sogar klatschen ich war ein bisschen zu krassen ach das schaffen okay dann lass mal sehen weil ich liebe die waffen zu ziehen das sieht geil aus weiß wie man schwer aussieht das sieht aus wie die waffe von rico dann auch so ein auge und hat es so komisch gefunden generell warum sagst du nicht einfach hat der nicht ein schlüsselschwert oder von welchem teil geht es so ein dunkles schlüsselschwert im zweiten teil der freute der war alter okay ja das wird schwer die kugel ist unglaublich schnell und kommen reagieren die geschweige denn zurückschießen das wird nervig der so viel schaden hat das jetzt nicht gemacht aber ja ich könnte kommen reagieren schweige denn zurückschießen okay ja kann man auch zurückschießen diesmal ist geschafft das scheint keinen schein gemacht zu haben teleportiert sich auch gott wusstet da ihr seid ihr kommt jetzt bei mir ja scheiße das ist wieder so ein angriff da hat er so ausrufezeichen über seinen kopf auch hat der macht ein käfig geschockt das könnte schwer werden der macht eine menge schaden mehrmals ich mache nur einen schlag da sind irgendwie 45 verschiedene zahlen da wird es mich verarschen hinter mir bei mir sagt also ich bin ausgewichen aber ich komme ich stehe irgendwie bei mir kommt gar kein kommando ja okay ich glaube die dinger zurückschießen kannst du euch vergessen ich habe es geschafft aber scheiße ich wusste nicht dass der 2 schießt ich dachte er hat jetzt noch nicht geschossen weil er teleportiert sich wieder ich hatte diesen angriff dann kommt er eigentlich immer auf mich mit der scheiße ja ich würde auch lieber wenn er müssen zu mir kommen ja sagt er schießt jetzt wieder oder oh gott aber super die zwei kamen bei ich habe nur eine zurückgeschossen ich wusste nicht dass die zweite auch auf mich zukommt er lässt mich ich krieg die kugel nicht gesehen alter irgendwie ist jetzt komisch viel zu schwer zu sehen irgendwie als würde die beim ersten mal verschwinden und dann das ist irgendwie merkwürdig ich habe gesehen wieder geschossen hat er jetzt schon wieder an ähnlich der scheiße und wir wollten ja ich hätte jedes mal ich bin tot ja ich wollte scheiße sei nicht klar mit dem er geht eigentlich nur so ich krieg die ich krieg die scheiß ich wollte mich ausgewichen und hätte mich fast sofort nein bei p macht er jetzt schon wieder ach gott ach gott boah nö ich kasse diese attacke der ist wütender super ja ich habe das war jetzt nur reflexe das war nicht geplant ich bin am anderen ende der welt ich habe noch drei jetzt kommt ja schon wieder pass auf deine der ist er dafür tut wir da unten auftauchen es ist nicht so schlimm wie das lila 4 aber es ist schlimm ich glaube nicht dass wir das schaffen der scheiß blitz der tut mich immer so killen ist die musik am lautsten jetzt auf einmal ist dem nicht aufgetaucht ist er in der anderen dimension oder was er schießt wieder versorgt ich habe zurückgeschossen nein da hatte ich kann dabei finde ich dann irgendwie einfacher die zurückzuschießen aus irgendeinem grund ich habe irgendwie voll die probleme damit der macht der macht wieder die scheiß folgen ich hatte diesen anzug auf dem baum ich bin tot ich komme nicht klar mit der scheiße ich habe sie diesen angriffen das wird er schießt jetzt dabei ach ich war ich war wieder vor ich bin tot er kann mich nicht wieder belegen oh gott was gibt mir nur ein schwanz wenigstens ja ein habe ich noch für sieg oder verscheuchert im bm auch klar wie man das machen ja halte ich da an der quelle erlebte die kraft aus dem innen nutzte die was auf der kommt die kraft aus dem innen nutze sie so besser war ich schon wieder was das besser als ich da ist gut war dieser bitte hat mich ja von eingesperrt ich bin irgendwie sein nettes viel ja nicht mehr so gut gemacht hat irgendwie nicht so oft gehe ich konnte nicht mehr rein auf der ich habe ihn angefahren das intro ich weiß ich höre er wenn ich nur bei dem angriff hat dann ist nicht gesund dann roll ich da in diesem käfig reine war ich stehe aber noch ich stehe noch so so Untertitelung des ZDF, 2020